hallo youtube hier wieder surround gaming heute geht es mal um schnellen line up check von lg lg hat jetzt doch die neuen bildschirme angekündigt beziehungsweise in den usa sind wo einige schon auf markt platziert weltweit im asiatischen raum wird man sicherlich auch schon den ein oder anderen vertreter in den stores wiederfinden für uns als gamer ist natürlich immer interessant die ultragiere serie von lg ist ja der weltweit größte panel hersteller und produziert panel für phillips und andere marken die nehmen dann sozusagen kaufen immer die panels ein von lg und bauen dann ihr produkt drumherum dementsprechend ist natürlich lg in dem market ein wichtiger player deswegen ist es schon sehr spannend zu sehen welche produktgruppen sie sage ich mal ausrufen und in welche technologischen richtungen sie sage ich mal gehen bis jetzt war lg immer ein bisschen marktweisend was so die panel technologie angeht im home segment sind sehr viel auf oled gegangen sage ich mal haben den konsolen market gut aufgemischt mit den tvs viele haben auch probiert daran sage ich mal pc gaming denn zu betreiben an den oleds weil sie mit hdmi 2.1 natürlich ein standard der einzug gehalten hat mit 120 hertz zu zocken aber wir wissen auch dass die oleds oder die tvs natürlich nicht so optimal sind fürs gaming verspiegelung und andere themen sage ich mal spielen da immer so ein bisschen mit rein auch die größe ist oftmals nicht gerade zielführend wenn ihr 55 65 zoll tvs sage ich mal auf dem schreibtisch habt das kommt dann doch meistens ein bisschen komisch rüber auch wenn man sagt immer größer ist besser deswegen wir gucken uns mal schnell ein paar sachen an hier haben wir noch ja das ältere line up da sieht man schon ips war hier der vorwiegende faktor und die ultragear serie bestehte bestand zum größten teil aus ips panels typischer aufbau wir hatten ja auch ein paar vertreter hier auf dem channel so weit vom einstiegsbereich als auch vom high end bereich und jetzt wollen wir uns aber mal angucken welche sage ich mal sachen es denn noch gibt bzw welche neuen sachen es denn gibt weil es gibt ein paar interessante tendenzen abzusehen also erstmal natürlich das line up was sich jetzt neu darstellt ist erstaunlich attraktiv vom pricing her jetzt muss man sagen okay wir haben jetzt hier zum beispiel 21 zu 9 vertreter in 34 zoll aber nur in full hd auch eine tendenz die lg anscheinend immer noch befeuert sie sieht einfach die notwendigkeit dass viele nur in geringeren auflösung zocken wollen und bringt auch noch eine 34 zoller auf dem markt wahrscheinlich aber auch weil die höherwertigen panels doch aus fertigungsengpässen vielleicht nicht ganz so verfügbar sind hat man einfach jetzt sage ich mal den in anführungszeichen ausschuss genommen und hieraus schnell mal ein produkt zusammengezimmert und gesagt okay full hd ist für viele auch mit dem grafikkarten problem sozusagen immer noch state of the art beziehungsweise die breite masse zockt so das sind sage ich mal schon auswirkungen was man sieht durch diese preisexplosion im grafikkarten segment dass hier die auflösung nicht so skalieren wie eigentlich mal prognostiziert wurde wir haben jetzt hier das ist ein weiterer vertreter aus dem 1440p segment 27 zoll sieht ein bisschen aus wie der 850 mit 34 zoll 165 hertz im overclock bereich 180 hertz wobei das könnt ihr meistens hier vergessen das ist die entscheidende sache 165 ob nun 144 165 da merkt ihr kaum sage ich mal einen unterschied die haben wir aber wieder nano ips panel sozusagen im einsatz von den farben mir gefällt ips nicht so sehr das ist aber immer so ein bisschen eine geschmacksfrage das kann jeder sicherlich für sich beantworten beziehungsweise hat er seine eigene meinung zu hier haben wir wieder mal 4k vertreter auch auf nano ips basis 27 zoll 27 zoll und 4k interessant aber der preis ist natürlich hart da sieht man schon dass da im 4k bereich ja utopisch sage ich mal preise jetzt auch verlangt werden und das bei der größe 27 zoll 4k ips panel lockermann schein ich meine das ist nicht der echte straßenpreis der wird hoffentlich ein bisschen geringer sein weil so wird das keiner kaufen aber sei es drum dann gucken wir uns noch ein bisschen den den hauptakteur sage ich mal bei lg an der ist im 1440p bereich hat eine 160 hertz variante oder 160 hertz ruft er ab und der ist schon interessant da mal ein bisschen genauer hin zu gucken weil er zeigt im endeffekt die tendenz dann doch zum va panel 21 zu 9 also lg setzt immer noch auf das ultra breit bild sozusagen also nicht ganz ultra da gibt es ja noch die 49 zoll vertreter aber zumindest vom formfaktor 21 zu 9 sehen sie dann qhd immer noch den market und so ist es ja auch abzuleiten weil man muss einfach sehen ihr braucht im 4k bereich einfach eine sehr performante grafikkarte um diese herzzahlen abzubilden und dementsprechend sagt sich lg es macht keinen sinn jetzt hier höhere auflösung zu fahren was man ja auch machen könnte aber nichtsdestotrotz 1440p ist für die immer noch der sweet spot und man sagt ja immer noch wobei ich sehe es immer noch anders den unterschied erkenne ich schon zwischen 4k und 1440p bild und das aus meiner sicht sogar sehr deutlich also mit was die jetzt auch werben das ist so ein bisschen kontra gegen den markt was sozusagen im moment so ein bisschen gefordert ist das ist natürlich die übliche thematik mit ja der bildschirm soll alles können also er soll guten ton haben hier nennen sie es max audio mit zwei mal sieben watt hört sich sicherlich schon mal besser an als das übliche was da verbaut wurde amd freezing premium ist er sozusagen zertifiziert hdr 10 und eine 1 millisekunden reaktionszeit gibt ihnen das recht im ultra gear bereich wahrscheinlich zu sein und dementsprechend ja sieht schlicht aus einfach aus der standard fuß sozusagen diese gebogene einheit darunter höhen verstellbar wird da wohl denke ich mal auch sein ob der jetzt sage ich mal wirklich interessant ist wird sich zeigen wir werden mal probieren einen von denen auf jeden fall ranzukriegen dass man sich den mal genauer anguckt 160 hertz ist so der neue standard bei lg sie scheinen über die 144 gerne hinaus zu gehen um sich einfach ein bisschen abzuheben ist aber unterm strich nur marketing gedöhnt weil letztendlich 144 oder 160 sagt er schon relativ unwichtig höhen verstellbar ist er das ist schon mal ganz gut wer den nutzt wer den fuß verwenden möchte kann ihn hier höhen verstellen neigbar und eine one click installation da braucht er keine schrauben drehen von der seite her passt es auch er wiegt auch relativ wenig glaube ich hatte ich gesehen mit fünf kilo 5,8 kilo also ist ein leichtgewicht im 34 zoll segment wobei die wiegen alle so naja doch er ist schon ein bisschen leichter als die üblichen sachen und hier wird er angegeben vom straßenpreis ich habe noch parallel noch mal eine seite offen mit 411 euro ja so ungefähr und soll dann demnächst erscheinen da bin ich mal gespannt und preis klingt schon mal eigentlich ganz okay 411 euro ist so gegen den aoc den wir noch vorgestellt hatten 14 40 p bereich aber jetzt kommt die schattenseite und das ja ich sag mal so muss jeder selber einschätzen aber er hat kein hdmi 2.1 das hat mich doch sehr gewundert man setzt ja immer noch auf der 2 0 das heißt im endeffekt dass das eigentlich nur eine neuauflage ist in den produktionsstraßen von den vorherigen modellen und man recycelt hier sozusagen seine aktuellen linie und scheint wohl eine linie sag ich mal und holt zu setzen von den neuen und nimmt jetzt hier einfach noch mal ältere produkte mit rein weil das ist doch sehr identisch sag ich mal zu den modellen die schon auf dem market platziert waren die probiert man jetzt bloß zum ja generell etwas günstigeren preis runterzusetzen und dennoch abzuverkaufen ich denke mal das hat auch ein bisschen wobei hier die reaktionszeit auch mit einer millisekunde angegeben wird bei grey to grey das ist natürlich hier die sache ich meine dadurch dass es ein pc market angesiedelter bildschirm ist also kein konsolen bildschirm macht vielleicht ein displayport only vollkommen sinn also der hdmi eingang hier werden keine konsolen gamer dran ersetzen wobei oft konsolen zocker natürlich auch sozusagen hier jetzt wundere ich mich gerade weil ich hier eine native auflösung sehe von 1080 aber das ist glaube ich mal wieder ein super fehler auf der lg seite denn der wird auch als qrd angegeben ja auch immer sehr gut dass im endeffekt die kollegen von lg ihre eigene seite nicht prüfen die haben ja in letzter zeit massig fehler produziert und hier steht native auflösung da von 1080 ohja kann man machen aber sollte man eher nicht weil ich sag mal so die maximale auflösung ich überlege gerade ob die hochskaliert ist aber das kann eigentlich nicht sein weil wie gesagt die native auflösung muss 1040p sein 1440p sein spaßige sache 5,8 kilo wie schon sagte das passt ansonsten ist das sicherlich auf dem blatt papier interessanter vertreter wir gucken jetzt auch mal direkt in das datenblatt wenn es hier das sind irgendwelche stromerzeugnis blätter hier nur da mal kurz gucken ob wir mal ins handbuch am besten schauen wahrscheinlich wenn es denn ja es gibt reparatur status abfrage das wird mich jetzt doch mal interessieren doch hier was ein produkt information sheet klasse g ist er also sehr schön stromeffizient nehme ich nicht das ist aber nur das kurze produktsheet datenblatt ja und da steht die offizielle resolution 1440 power supply external also das netzteil ist draußen nicht eingebaut im monitor ist ja für manche auch wichtig ansonsten led lcd panel technik und das waren eigentlich die wichtigsten sachen die man da ausziehen konnte ja dann würde ich mal sagen haben wir uns den mal angeschaut den behalten wir mal trotzdem im auge und verfolgen es mal weiter mal sehen was lg noch in der pipeline hat ich glaube mehr war es leider nicht was interessant erscheint hier haben sie noch hier haben sie einen ips vertreter 34 zoll zu dem preis gut er hat nur eine 1080 auflösung da merkt man auch wieder recycelt hier haben sie ein millisekunden gray to gray 1440 auflösung 500 euro ganz schöner schuh 32 zoll ja ist nicht gerade sportlich der hier aus der feinen serie von der ergo die ultrafine ja kann man sich mal angucken eher was für büroleute und die haben wir noch mal vertreter full hd nur deswegen man muss staunen also die monitore sind hier nicht wirklich vorangeschritten ips panel freezing preislich natürlich sehr interessant aber auch nur ein full hd vertreter hier haben wir mal wieder ein 4k 27 zoll mit silbernen fuß und hier haben wir aus der ergo linie mit dem sehr spektakulären fußen 34 zoll da würde mich persönlich interessieren wie der fuß den 34 zoll brocken hält aber erscheint es ja schon zu machen weil das ist hier der knackpunkt aber da haben sie so ein scharnier hier so ein umsetzer ok das ist natürlich nicht gelöst können wir mal kurz auf kurzen video angucken mal sehen wie sie das hier ob sie das zeigen wie sie den schwenken das interessiert mich nur machen sie natürlich nicht machen das hier nicht dass wir hier gleich lizenz problem kriegen ja der ist natürlich wie gesagt von der ergonomie sage ich mal auf dem schreibtisch wo wenig platz ist da ist er charmant weil den bekommt man relativ schlank wahrscheinlich an den arm ran oder so abgeneigt dass er an der wand jetzt so dran wäre das ist natürlich ganz schick und ein guter fuß kann teuer sein also von der daher da bezahlt man jetzt in erster linie auch einen guten fuß und 575 34 zoll mit einem guten standfuß ist okay jetzt muss man staunen der ist auf dem papier wenn man mal kurz rein gucken hdr ips und man den auch gaming tauglich machen könnte ist natürlich ein bürovertreter 75 herz und damit ja sollte man ihn nicht mehr ins auge fassen für büro ja da ist er gut das home office aber nicht zum zocken das macht keinen sinn da sind die 500 euro nicht gut angelegt ja dann ist das line up schon vorbei hier hat man noch einen 4k vertreter das ist natürlich der interessanteste eigentlich wenn man so will auf dem papier das ist nämlich der oled im 31,5 zoll format sprich 32 zoll ähm der hat 4k und der hat dann ja ein oled panel dahinter und der größer natürlich einer der wenigen da gibt es ja nicht wenn man so will viele vergleichprodukte und wirkt natürlich gleich mit dem dual setup also 8k muss man schon mal befeuern können weil da kommt natürlich ganz schön druck auf die grafikkarte zu aber die herzzahl killt das ganze also auch hier macht lg eher ein schritt zurück macht zwar ein oled raus aber erhöht nicht die herzzahl und macht auch kein hdmi 2.1 dementsprechend auch unspannend fürs gaming belassen was erstmal dabei deswegen kurzer check sag ich mal zur aktuellen produktlinie von lg mehr können wir da nicht raus ziehen wir halten euch da auf den laufenden und schauen mal was die nächsten marktbegleiter rund um den bereich gaming bildschirme bringen hier haben wir noch der mit 2.1 dediziert wird mit hdmi 2.1 1000 euro 27 zoll also wahnsinn hier sieht man hingegen wieder alles was aktuelle linie ist utopischer preis aha der soll jetzt ja der hat 144 hertz das wäre der einzige aus der aktuellen linie aber vollkommen hoffnungslos zu klein also 4k auf der panelgröße wundert mich sowieso dass da so viele darauf anspringen 27 zoll ist einfach ja nicht mehr zeitgemäß aus meiner sicht ich lese zwar oft im endeffekt dass leute 27 zoll zum einsatz nehmen zum zocken aber wäre mir persönlich viel zu klein muss ich sagen eine millisekunde grey to grey aber das ist auf jeden fall rein von der von der idee auf dem papier bis auf die größe sage ich mal schon produkt was gut ist gut er hat natürlich jetzt nano ips panel das ist natürlich dann schon mal interessant zu sehen wie sich das verhält und er hat anscheinend wirklich sehr sehr dünnen rahmen eignet sich dann natürlich für ein triple setup da wäre das einzigste wo ich mir so ein ding vorstellen kann dass man davon dreie sich hinsetzt aber dann ist man auch auf dem papier jetzt hier bei 3000 euro und da muss man dann doch sagen das ist es mir auch nicht wert in dem sinne macht es erstmal gut hat ein schönes wochenende wir hören und surround gaming ist out